Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich zeigen, wie du die Import-Feed-Funktion in Google Sheets verwendest. Damit kannst du RSS-Feeds in deine Google-Tabellen einfügen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch zahlreiche Videos über Excel Online oder Google Slides. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! In Google Sheets hast du die Möglichkeit, RSS-Feeds einzufügen mithilfe der Import-Feed-Funktion. Und was sind überhaupt diese RSS-Feeds? Das sind einfach Links, unter denen dann Daten abgelegt sind, die du einfach dann verwenden kannst. Beispielsweise Zeitungsartikel oder ähnliche Sachen gibt es dort. Als Beispiel habe ich mir hier auch den RSS-Feed von der Website motorsportmagazin.com ausgesucht. Und die bieten hier auch verschiedene RSS-Feeds an. Da gibt es dann einfach Links. Motorsportmagazin.com ist eine Webseite für Motorsport-Artikel. Und dort gibt es dann beispielsweise auch zur Formel 1 einen RSS-Feed. Und hinter diesem RSS-Feed verbergen sich dann quasi die aktuellen Artikel, also die letzten Artikel, die für die Formel 1 erschienen sind. Und dafür benötigen wir dann auch diesen Link, um eben diesen RSS-Feed von der Webseite abzurufen. Und wenn wir die Import-Feed-Funktion in Google Sheets benutzen möchten, tippen wir einfach ein is gleich ein, um eben eine Funktion anzuführen und verwenden dann die Funktion Import-Feed, Klammer auf. Dann benötigen wir eine URL. Das ist die URL, die wir gerade kopiert haben, sprich die URL von dem RSS-Feed. Es gibt zig verschiedene RSS-Feeds. Ich habe mir jetzt hier als Beispiel einfach diesen ausgesucht. Ihr bräuchtet auch nur diesen Link, aber ihr könnt noch die Abfrage, also den Wert Abfrage mit einem Wert versehen. Im Beispiel ist es hier aufgeführt mit Items. Es funktioniert aber auch, wenn da einfach gar nichts drin steht. Der Punkt ist, ihr müsst dort einfach was eintragen, weil der letzte Punkt der Anzahl der Inhalte nämlich interessant ist. Und ihr müsst dann aber die anderen auch füllen. Bei dem Punkt Überschriften könnt ihr dann einen Wahrheitswert angeben, in dem Fall einfach True oder Fault, weiter ein Semikolon. Und jetzt können wir angeben, wie viele, in dem Fall Artikel oder Inhalte möchten wir dann laden. Und ich tippe dort einfach mal eine 5 ein. Und dann schließen wir am Ende noch die Klammer. Das heißt, wir benutzen die Import-Feed-Funktion ist gleich Import-Feed in deiner Zelle, Klammer auf, in Anführungszeichen dann die URL von dem RSS-Feed, Semikolon, dann einfach zwei Anführungszeichen oben, wo ihr einfach nichts reinschreibt. Das muss aber eingefügt werden, weil sonst Google Sheets nicht weiß, welche Werte das Ganze hier eintragen soll, wenn das einfach fehlt. Weil ich eben hier den letzten Wert, die 5, nutzen möchte, um die Anzahl der Inhalte einzugeben. Bei den Überschriften sagt ihr einfach True. Das heißt, die Überschriften werden dann auch geladen von den ganzen RSS-Feed-Einträgen. Und ihr könnt dann einfach eintragen, wie viele Inhalte möchtet ihr denn haben. Und in diesem Fall möchte ich 5 haben. Und wenn wir dann Enter drücken, wird der ganze Feed geladen. Und dann haben wir hier einmal die verschiedenen Artikel, die wir aus diesem RSS-Feed laden können. Und das Ganze sind 4 Daten bzw. Attribute. Einmal natürlich den Titel von dem Artikel. Dann auch direkt die URL zu dem Artikel, die hier auch direkt als Vorschau geladen wird. Wann der Artikel created wurde, sprich wann der erstellt wurde. Da wird dann hier einfach das Datum angegeben und dann einfach die Uhrzeit. Und dann wird hier auch noch eine Summary für den Artikel angegeben. Also das heißt, es wird nicht der gesamte Artikel zurückgegeben, sondern nur eine Zusammenfassung. Aber ihr habt auch hier dann direkt die URL mitgeliefert, die ihr dann dementsprechend auch anklicken könnt, um den gesamten Artikel abzufragen. Und wenn wir jetzt beispielsweise hier bei der 5 am Ende einfach auf eine 10 oder auf eine 20 erhöhen würden, werden dementsprechend mehr Artikel geladen. In dem Fall halt genau 10. Wenn wir dann die Überschriften auf False stellen bzw. Falsch, dann wird hier keine Überschrift angegeben. Das heißt, es werden keine Überschriften in die Tabelle eingefügt. Damit sind nicht die Überschriften der Artikel gemeint, sondern wenn wir noch einmal zurückgehen, steht hier in der ersten Zeile noch Title, URL, Date Created und Summary. Sprich die Überschriften der Spalten. Und wenn wir das Ganze als Fals deklariert haben, steht das Ganze nicht mehr da. Das ist dann je nachdem, ob ihr die Überschriften haben wollt oder nicht. Aber ich würde euch immer empfehlen, die Überschriften zu benutzen, denn das macht Sinn. Dann wisst ihr auch immer, was in dieser expliziten Spalte gemeint ist. Und so könnt ihr ganz einfach in Google Sheets einen RSS-Feed einbinden. Sucht euch einfach irgendeinen Link von einem RSS-Feed raus. Packt es in die Import-Feed-Funktion. Und dann müsst ihr vielleicht ab und zu ein bisschen rumprobieren, was ihr dann haben wollt. Aber ob ihr die Überschriften haben wollt oder eben wie viele Einträge von dem RSS-Feed ihr lesen möchtet, könnt ihr dann selbst auswählen. Und ich finde, das ist wieder mal eine super Funktion für Google Sheets, um beispielsweise eben einfach Artikel abzufragen oder kleine private Tabellen zu erstellen. Und das war es mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal.